Es ist 2024 und du liegst immer noch in deinem Bett und isst Süßigkeiten? Du kannst viel mehr als das, schau mich mal an, ich hab zwei Uhren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dein Leben zu ändern. Ja man, er hat recht. Ab morgen wird sich alles ändern. Ich geh jeden Tag joggen, ins Fitnessstudio, lernt für die Schule, lest Bücher und steh früh auf. Ich werd ein neuer Mensch, ab jetzt zieh ich richtig durch und werd es allen beweisen. Ich will mein Leben doch nicht umstellen.